Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Fuchs und Hase retten den Wald. Ein Kinofilm, der am 17. Oktober 2024 in die deutschen Kinos kommt. Wir haben den fast zwei Monate vorher schon sehen können und ich war sogar mit meinen Kids in der Presseverführung. Das war ganz toll. Diverse Anekdoten dazu werde ich euch später erzählen und wie es ihnen gefallen hat, werdet ihr auch am Ende dieser Aufnahme noch angeschnitten bekommen. Damit ich aber mit jemandem sprechen kann über diesen Film, der ganze Sätze bilden kann, habe ich mir heute einen Experten des Kinderfilms mit ins Boot geholt. Moins und Kenny. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag, lieber Andi. Na, bist du so ein Fuchs oder eher so ein Hase? Ich bin eher so eine Eule. Animationsfilm für Kinder kommt in die Kinos, finden wir ganz toll. Das war halt auch insofern ganz praktisch, weil ich hier halt eben mal auch zu einer, sagen wir mal, Zeit, die machbar war, mit meinen Kindern in die Presseverführung gehen konnte. Das haben sie beide tatsächlich noch nicht gemacht. Und es war überhaupt auch mal der allererste Kinobesuch für meinen Dreijährigen, der jetzt dreieinhalb ist. Die Große ist jetzt sieben geworden. Und währenddessen die Große schon am Stück den ganzen Film aushält, war das mit dem Kleinen echt eine Herausforderung. Der hat mehrfach gefragt, wann wir denn jetzt nach Hause gehen können. Für den war das also noch nichts. Soviel sei an der Stelle schon mal gesagt. Wegen der Altersfreigabe bin ich zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen überfragt. Lieber Kenny, steht da was in diesem Presseheft drin zur Altersfreigabe? Ja, da steht FSK 18 wegen Drogen, Alkohol, Mord. Ach, das ist ein LSD-Trip. Ich habe mich schon gewundert, was ich da sehe. Ja, keine Ahnung, also ob er jetzt FSK hat oder nicht. Also wahrscheinlich sogar schon ab Null. Hat auch noch leicht gruselige Aspekte. Aber vielleicht, bevor wir da so ins Detail gehen, lieber Kenny, ich weiß, dass du dieses Presseheft vor dir liegen hast. Erzähl doch mal, wovon handelt eigentlich Fuchs und Hase retten den Wald. Ich lege mal los. Fuchs, Hase und Euli sind beste Freunde. Zusammen mit Robbe, Nixe, Pinguin und dem Wildschwein Howie schmeißen sie eine bunte Party mit köstlichem, selbstgebackenem Kuchen und mega langer Wasserrutsche. Während später alle schlafen, bemerkt die ängstliche Euli bei ihrer Nachtwache ein seltsames Plätschern und Rinsale, die die Waldlichtung ihres Zuhauses langsam fluten. Euli folgt dem seltsamen Geräusch und gelangt zu einem riesigen Staudamm. Er ist das Werk eines bauwütigen und sehr starken Bibers, der zwar großartige Spielsachen, aber keine Freunde hat. Mitten im See hat er einen gigantischen Freizeitpark gebaut und möchte nun endlich von Euli hören, wie toll er und seine Biberarbeit sind. Als Fuchs und Hase denen am nächsten Morgen bemerken, dass Euli fort ist und ihr Zuhause untergehen könnte, starten sie eine rasante Rettungsaktion. Zum Glück können sie auf ihre Freunde Howie, Pinguin, Robbe und Nixe zählen. Gemeinsam bestehen sie ein unglaubliches Abenteuer, überlisten sogar die fiesen Piraten auf ihrem Motorboot und finden heraus, warum eigentlich ein selbstgebackener Kuchen so verdammt lecker ist. Da steckt viel drin. Ihr habt schon jetzt diverse Figuren gehört in dieser dann doch letztlich Kurzsynopsis. Das war ein Film, der kommt ja daher mit circa einer Stunde und elf Minuten Laufzeit und da passiert schon auch viel und gleichzeitig irgendwie gar nichts, könnte ich sagen. Womöglich war ich nicht in der Stimmung, aber es mir dann doch irgendwie ein bisschen schwer gefallen, manchmal nachzuvollziehen, warum wir eigentlich gerade was machen. Aber letztlich ist eigentlich die große Rettungsaktion, der Fuchs muss gerettet werden vor dem Biber, der irgendwie aber auch nicht richtig böse ist und es irgendwie auch nur gut meint. Ich weiß nicht, als du den Film geschaut hast, wie lief das da mit deiner Konzentration, wusstest du immer, wo wir gerade sind? Tatsächlich war der Film ja der zweite Film an dem Tag. Ich hatte an dem Tag zwei Pressevorführungen hintereinander. Und es ging aber tatsächlich mit der Konzentration. Das Gute ist, dass er halt nur mal 71 Minuten ging. Von daher war da relativ schnell rum, in meinem Gefühl her. Es war auch nicht schwer nachzuvollziehen, wo wir sind. Ich meine, es gibt jetzt auch nicht so viele Orte, wo wir sind. Es gab vielleicht ein paar Handlungsstränge, wo man sagt, okay, warum muss jetzt unbedingt das jetzt so gemacht werden, das so gemacht werden. Das hinterfragt man dann ein bisschen. Allerdings als Erwachsenespublikum ist man da vielleicht ein bisschen mehr gewöhnt, weil das doch relativ flach ist vom Handlungsstrang her, von der Tiefe der Charaktere. Von daher schwierig zu beurteilen. Also kompliziert finde ich ihn nicht. Nee, kompliziert ist er auf gar keinen Fall. Die Regisseurin Masha Halberstadt hat hier eine Animationskomödie, nennen die es, in der Pressemail rausgebracht. Für Kinder zwischen drei und sieben. Also lege ich da genau in der Zielgruppe. Wie gesagt, mein Dreijähriger hatte da noch nicht viel von. Was mir sofort aufgefallen ist, und da habe ich mich zu Beginn sehr schwer mitgetan, ist der Animationsstil selbst. Denn wir haben hier immer so dieses Gruckel. Das sind keine 25 Frames, das ist weniger. Und das ist die ersten zehn Minuten bei mir Thema gewesen. Da habe ich mich auch daran gestört. Ich persönlich habe ja auch tierische Probleme mit diesen Spider-Man-Animationsfilmen. Also insbesondere beim ersten ist mir das noch sehr negativ aufgefallen. Ich konnte mit diesem Gruckel, der ja auch eine künstlerische Erklärung hat, warum das so ist, warum die Frame-Zahl so gewählt wurde und so, das ist ja alles erklärbar. Aber mich stört das. Ich finde das unrund und ich kann das nicht so richtig gut gucken. Hier war es allerdings so, dass ich nach circa 10, 15 Minuten das gar nicht mehr so fest, also wahrgestellt, wahrgestellt habe ich alles verwechselt, festgestellt und wahrgenommen habe. Und dann ging es plötzlich. Der Animationsstil insgesamt alles andere als simpel. Ist schon schön, ist nett, es wirkt doch irgendwie so ein bisschen puppig, möchte ich sagen, als wären das so Puppen. Es ist relativ langsam in den Bewegungen, gibt aber auch mal durchaus so mal eine schnellere Szene. Aber so insgesamt fand ich den Animationsstil dann nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gar nicht so schlecht. Wie hat er denn auf dich gewirkt? Tatsächlich, dieses Stop-Motion ist ja quasi die Grundbasis, also die gute Mascha Halberstadt, die hat ja quasi schon Animationen, also Stop-Motion-Filme gemacht und hat quasi das hier als 3D-Animation-Adaption quasi genommen. Und mich hat das auch sofort an den Spider-Man-Filmen erinnert, was du gesagt hast, und an die Lego-Movies. Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich, da rukelt das ja auch ein bisschen merkwürdig. Nichts nicht, da stürzt mich gar nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind es ja die Ecken und Kanten, weil es doch alles eher so quadratisch ist. Bin sehr gespannt, wie der Minecraft-Film wird. Aber bei dem stürzt mich gar nicht. Und wie war das hier bei dich? Hat dich da, bei dir hat das dich das irgendwie gestört? Nö, überhaupt nicht. Ich kannte den Stil ja schon und das war halt dann so eine Erinnerung, wo ich dachte so, ah cool, noch jemand, der diesen Stil benutzt. Also gestürzt das mich nicht, keine Ahnung. Okay. Ja, und dann gibt es ja einen Abenteuerfilm. Viel mehr kann ich tatsächlich gar nicht großartig sagen zum Inhalt. Die Figuren können wir uns noch ein bisschen genauer anschauen, denn es sind schon recht viele. Wir haben natürlich im Zentrum Hase und Fuchs. Hase und Fuchs sind hier in dem Fall scheinbar keine Feinde. Auch keine Fressfeinde so in dem Sinne, sondern sie wohnen sogar zusammen. Sie haben eine WG. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt ein Pärchen sind. Sie sind eher Freunde als ein Pärchen, würde ich sagen. Also dieser Liebesaspekt, der durchaus hier auch hätte eingebaut werden können, der taucht gar nicht auf. Hat dich das in irgendeiner Form gestört oder hat dir das vielleicht sogar gefallen? Ich habe es im Nachhinein hinterfragt. Ich dachte mir so, ist das vielleicht gewollt, dass es für Kinder nicht so kompliziert ist, dass die jetzt denken so, warum ist das jetzt ein Pärchen? Sind die jetzt zusammen oder nicht? Ich glaube, das soll einfach interpretationsfähig sein. Also ich als Erwachsener würde jetzt behaupten, die beiden sind zusammen. So die Chemie zwischen den beiden würde ich vermuten, die beiden sind zusammen. Aber es ist halt für die Story nicht wichtig. Von daher wird das nicht so wirklich tief aufgegriffen, dass Kinder, die halt denken so, ist nicht wichtig, kriegen das gar nicht mit. Und andere, die halt so ein Gespür dafür haben, denken so, die sind doch bestimmt ein Pärchen. Das ergibt so im Nachhinein so ein bisschen Gesprächsbedarf vielleicht. Aber es ist halt für die Handlung echt nicht wichtig. Und vielleicht wird das Publikum auch nicht so gewichtig. Absolut. Es hat keinen Mehrwert, ob die jetzt befreundet sind oder ob die hier zusammen sind. Das ist völlig egal in dem Fall. Tatsächlich geht es aber, das steht ja auch in dieser Mail drin, das wäre ein Film über Freundschaft. Und ich habe meine Kids auch gefragt, ob sie das so in der Form wahrgenommen haben. Weil hier auch irgendwie am Ende ja letztlich Freundschaft die Lösung für alles ist. Und Hauptsache, wir haben Freundschaft, dann ist auch egal, wenn es irgendwie schlimm wird oder so. Ich weiß nicht, das war alles eher so seicht auch thematisch, würde ich sagen. Insgesamt nichts, was in irgendeiner Form großartig schwierige Themen mitbringt. Es gibt mal schnellere, wie gesagt, zehn. Aber was er sicher durchaus angeboten hätte und ich finde, das geht so ein bisschen unter, vielleicht auch, weil man das Publikum nicht überfordern möchte, ist die Geschichte mit der Umweltzerstörung. Ich meine, letztlich haben wir hier diesen Biber, der baut diesen großen Damm. Und das gibt es ja auch in der echten Welt, dass große Dämme gebaut werden, da Täler überschwemmt werden. Und das natürlich ein enormer Eingriff in die Natur ist. Das lässt sich viel rein interpretieren, aber so insgesamt habe ich nicht das Gefühl, als wäre das Thema Umweltzerstörung hier ein wirklich zentrales Thema des Films, obwohl es sich angeboten hätte. Das finde ich schade, muss ich sagen. So ein bisschen Botschaft ist ja immer ganz gut, weil mehr als die Freundschaftsbotschaft kann ich hier nicht rausziehen. Hast du dieses Thema Umweltzerstörung wahrgenommen oder anders gefragt? Irgendwas, was über das Thema Freundschaft hinausgeht? Tatsächlich, ich glaube, das ist das Problem an diesem Film. Der gibt sehr viel Interpretationsspielraum. Ich glaube, so wurde es ja auch in diesem Interview, was ich dazu gelesen hatte, von der Sarah Halberstadt, nicht Sarah, Entschuldigung, von der Mascha Halberstadt gelesen hatte. Es geht nicht darum, eine tiefe Botschaft reinzupacken. Es geht darum, einen lustigen, unterhaltsamen Film zu machen. Daran merkt man aber, dass da vielleicht so Themen drin sind, die man rauslesen kann, aber nicht rauslesen muss. Und man kann natürlich, wenn man den Film jetzt sieht, anschließend reininterpretieren, dass es um Umweltzerstörung geht, aber es ist halt auch wieder nicht der Hauptfaktor. Und so geht es in den ganzen Filmen. Da ist nicht so richtig greifbar. Man kann alles irgendwie zum Thema machen. Man kann Beziehungen zum Thema machen. Man kann Umweltzerstörung zum Thema machen. Man kann Narzissmus vielleicht zum Thema machen. Vielleicht auch Größenwahn zum Thema machen. Aber es ist nie wirklich so ernst und dramatisch, dass man merkt, okay, das ist jetzt die tiefe Botschaft des Films. Ja, es stimmt schon. Es waren viele Themen drin. Ich glaube auch so versteckte Themen. Dann lass doch mal ein bisschen ruminterpretieren, denn so zwei Figuren, vielleicht sogar drei, finde ich, da interpretiere ich jetzt was rein. Es gab einmal dieses Wildschwein. Das Wildschwein ist ganz klar mein Highlight des Films. Das ist so ein bisschen die lustige Metal-Sau, die im Zweifel auch mal anpackt und die kann auch mal ganz viel Erde schippen und so. Und die versteht sich im Laufe des Films, das wird aber auch nur so in Rand sehen oder am Rand wirklich Bildfokus erzählt, recht gut mit einer starken Robbe. Und da interpretiere ich jetzt mal rein. Und der ist ja auch recht extrovertiert im Auftreten. Wir sehen ihn auch gern mal nur in Unterwäsche, in den Shorts, dass das unter Umständen eine homosexuelle Figur sein könnte. Rein jetzt mal spekulativ. Was meinst du, könnte das sein? Habe ich, das ist mir so nicht aufgefallen. Also nicht mehr gedankenweise. Tatsächlich fand ich das Wildschwein sogar ein bisschen anstrengend, weil der halt so, das ist so jemand, der denkt, dass er alles kann. Also ich bin ein super Buddler, ich bin ein super Partymann, ich bin ein super Rutscher, egal was der macht, der muss immer sofort sagen, ja, ich bin von allem der Beste. Und das fand ich auch ein bisschen anstrengend. Aber so war er halt der am lustigsten, der so ein bisschen, wie du schon sagst, extrovertierte, der immer mega aufgedreht war. Aber charaktermäßig dachte ich mir so, ha, anstrengend. Okay, verstehe. Ja, also ich fand ihn halt aufgrund dieses Metal-Einschlags eigentlich am spannendsten. Die Figur, einfach insgesamt noch am für mich persönlich interessantesten. Da gibt es noch eine zweite Figur, auch da weiß ich nicht genau, nämlich diese Nixe, diese Meerjungfrau, die da irgendwie bei diesem Wanderzirkus dabei ist. Ist diese Nixe ein Mensch mit Behinderung? Oder eine geistig behinderte Person? Was meinst du? Oh, keine Ahnung. Also die hat mir wirklich am wenigsten gegeben. Die kommt doch relativ selten vor. Also die ist irgendwann mal im Wasser, dann schwimmt die rum, dann passieren irgendwelche Sachen und du denkst dir so, wo ist eigentlich die Nixe geblieben? Und dann irgendwann taucht sie plötzlich wieder auf und dann ist sie wieder da und dann ist sie irgendwann wieder weg und dann taucht sie mal wieder auf. Aber mit der wird doch keine richtige Konversation geführt. Die ist wie so ein Papagei auf der Schulter. Ab und zu ist dann mal da, macht mal irgendwelche lustigen Gespräche und dann ist er wieder weg irgendwie. Das ist, der hat überhaupt keine Tiefe oder die Nixe hat überhaupt keine Tiefe. Keine Ahnung. Also was du da rausgelesen hast, dass die irgendwie eine Behinderung hat oder sowas, auch nicht dran gedacht. Keine Ahnung. Du merkst schon, ich war sehr gelangweilt während des Films mit meinen Kindern beschäftigt. Ich habe da einiges reininterpretiert. Ich will den Film ja gar nicht schlecht reden. Und ich bin da einfach nicht die Zielgruppe. Aber ich habe da halt verschiedene Aspekte für mich rausgenommen, die ich, naja, nicht schlecht fand. Also ich fand den Film insgesamt übrigens auch gar nicht schlecht. Nur halt eben, ich bin eigentlich die Zielgruppe. Fertig aus. Komplizierter will ich es gar nicht machen. Okay, die Figur auch noch. Dann haben wir noch eine Figur, mit der ich gar nichts anfangen kann. Die fand ich völlig unsinnig und da weiß ich überhaupt nicht, wofür die da sein soll. Nämlich, ich glaube, ist das ein Wiesel oder so, der halt immer Dinge stehlen will? Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht. Der hatte nichts beizutragen. Der hatte nicht mal großartig lustige Szenen. Warum hatten wir dieses Wiesel in diesem Film? In jeder Freundesgruppe gibt es den einen, der ein bisschen merkwürdig ist, der aber trotzdem irgendwie akzeptiert wird. Ich meine, in dem Fall hat man halt einen kleptomanischen Freund, der einen ständig beklauen will und die sehen da irgendwie drüber hinweg und sagen, ach komm, jetzt klaut doch nicht schon wieder, sondern sei doch unser Freund. Schwierig. Weil ich hatte ja ein Problem und er braucht Hilfe oder Therapie oder so. Keine Ahnung. Aber er wird da trotzdem akzeptiert. Das finde ich ja eine schöne Botschaft, nicht wahr? Der kleine Gestörte, der dringend Therapie braucht, aber wir haben dich trotzdem lieb. Naja. Ja, okay. Alles klar. Also einfach nur, wir schleifen alle mit, ist die Botschaft. Okay. Da gibt es noch die Eule. Zur Eule kann ich gar nichts sagen, außer die Eule war dabei und hat dann wieder mal nette Sachen gemacht. Die fand ich sympathisch. Die ist toll. Die ist süß. Die hatte ein bisschen Angst vor Wasser, dazu zähle ich es mal nicht, aber die fand ich ganz süß. Ja. Hat der Biber ein Problem? Müssen wir mal mit dem Biber reden? Will der eigentlich nur Freunde und meint es gut und hat halt keine Ahnung, wie man das anstellt? Ja, ich glaube ja. Also der, ich glaube der braucht auch Therapie. Der braucht auch Therapie. Aber reich ist er, ne? Also wenn ich hier die Perspektiven der Kollegin Lina mit das Boot holen dürfte, dann wäre das ein reicher Bauunternehmer, der mit Geld um sich schmeißt und protzt und alle versucht damit zu überzeugen, dass er viel einfach kapitalistischen Besitz hat, aber das funktioniert halt scheinbar nicht alles. Das ist so meine Interpretation der Figur, die dann natürlich entsprechend einsam auch ist, wie sie feststellen muss. Jetzt zählt auch keine Sau, dass sie diesen Wall da jetzt gebaut hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo halt die ganzen Häuser überschwemmt werden. Ist das der Ansatz, wie habe ich die Figur so zu verstehen? Ich glaube, das trifft es ganz gut tatsächlich. Also ich finde es sehr beeindruckend, was der aus Holz alles bauen konnte. Ja. An Technologie. Bildschirme aus Holz, Wasser hin aus Holz, keine Ahnung, alles mögliche aus Holz. Das finde ich beeindruckend. Also es ist einfach transparentes Holz, wo Wasser durchfließt. Also unglaublich. Stark. Was ein krasser Typ, ey. Ja. Ich glaube, es gab Songs. Ich weiß, dass ich meine Kids gefragt habe, ob sie die Songs mochten und gar nicht drauf eingegangen sind. Hast du irgendwas Musikalisches in Erinnerung? Ach gut, das sind solche Sachen, das ist wie ein Disney-Film oder sowas, wenn plötzlich irgendeine Prinzessin anfängt zu singen oder sowas. Ja, das ist mir nicht wichtig. Das kannst du machen, wenn du wirklich ein Musical machst. Dann kann man darüber vielleicht reden, aber hier, das ist halt ein Kinderfilm. Und wie viele Kinderfilme gibt es, wo halt nicht drin gesungen wird? Also ja, waren die jetzt mega beeindruckend? Weiß ich nicht. Also mir ist jetzt keiner im Kopf geblieben. Ist dir einer in Erinnerung geblieben? Von den Songs gar nicht, ey. Überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Das ist auch generell, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich zu dem Film gar nichts mehr sagen kann, weil der relativ schnell wieder raus war aus meinem Kopf. Jetzt habe ich aufgrund der Bilder, die ich gerade vor mir sehe, da noch so ein paar Ansätze, aber so wirklich musikalisch leider gar nichts. Ich habe da, wie gesagt, gezielt meine Kids gefallen und die hatten auch nichts weiter dazu zu sagen. Wir haben ja diverse Synchronstimmen natürlich am Start. Ist ja ein synchronisierter Animationsfilm. Beispielsweise wird Euli synchronisiert von Rainer Fritsche. Der ist mir leider kein Begriff. Wir haben den Biber, der wird synchronisiert von Mario, von Jascharov und der Fuchs Fabian Harloff, der Hase Marie Koschny. Das sind bestimmt alles sehr erfahrene SynchronsprecherInnen. Mit den Namen selbst kann ich leider gerade nicht viel anfangen. Ja, ich bin mein Namensgedächtnis. Wenn ich jetzt die Namen wahrscheinlich recherchieren würde, würde ich sicherlich hier und da eine Rolle finden. Ich denke, ach ja, da hat bestimmt den und den gesprochen. Aber jetzt gerade aktuell, ich und Namen, mir fallen selbst von den wichtigsten Synchronsprechern und den bekanntesten Stimmen so oft die Namen nicht ein. Also ich und Namen, da bin ich sowieso raus. Tut mir leid. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Wer bist du nochmal? Dein Chef. Ja, ich würde sagen, dann haben wir das auch gepackt, hier mit dem Film zu sprechen, der ja auch nur 70 Minuten geht und deswegen recht kurzweilig ist. Mein Fazit klingt dann auch ungefähr wie folgt. Schaut ihn euch an, wenn ihr Lust auf einen kurzweiligen Film habt, der eure Kinder auf gar keinen Fall überfordert, über den meine Kinder, wie gesagt, drei und sieben mit mir im Anschluss auch in keinster Weise reden wollten. Es gab andere Filme, die haben die mehr beschäftigt und da wollten die dann anschließend mit mir auch drüber sprechen. Das war hier nicht der Fall und insofern ist das eine seichte Empfehlung. Ich kann mir diesen Film sehr gut vorstellen, auch in irgendeiner Mediathek. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir den, wobei ich kenne mich da nicht so aus, der könnte auch bei einem Streamer irgendwann auftauchen. Die 70 Minuten tun nicht wehen, überfordern niemanden und ein Kinoticket dafür könnt ihr ausgeben, wenn ihr mit euren Kids mal ein Event im Kino haben wollt. Also Kino gucken ist ja letztlich manchmal auch ein bisschen ein Event. Vielleicht ist das der Ansatz, den ihr wählen solltet, wenn ihr diesen schauen möchtet. Kenny, wie sieht dein Fazit aus? Ich tatsächlich habe keine Kinder, von daher kann ich das wirklich sehr schwer einschätzen. Deswegen freue ich mich darüber, dass du als Sicht eines Vaters, der mit seinen Kindern sogar im Kino war für den Film, was dazu sagen kann. Ich glaube dazu wird auch alles gesagt, was gesagt werden muss. Er ist wirklich nicht lang. Das glaube ich ist auch gut für Kinder, erfahrungsgemäß von Erzählungen von anderen, die Kinder haben, dass es halt schwierig ist, dass sich Kinder lange Zeit auf etwas fokussieren können oder sich konzentrieren können anfangs, was vollkommen normal ist. Ist das glaube ich ganz gut mit den 70 Minuten. Da bin ich so ganz froh, dass es kein 90 Minuten oder 100 Minuten Film ist. Es ist kein Pixar Film, also er wartet nicht die, das Niveau eines großen Disney Pixar Films mit tiefem Charakter, mit krasser Story und wo du am Endeffekt noch holst, wo du halt 20 Jahre als Erwachsener den Film nochmal gucken kannst und denkst du so, ah, das war damit gemeint, sondern der ist halt relativ seicht. Und das Thema hat er schon angesprochen. Genau. Sehr gut. Dann haben wir an der Stelle alles gesagt und laden euch, liebes Publikum, dazu ein, gerne mal vorbeizukommen auf unserem Community Hub. Unser Community Hub ist ein Discord-Server. Den findet ihr unter tele-stammtisch.de slash Discord. Kommt rum und chattet mit uns und unserer Community. Da sind inzwischen ca. 100 Leute, die echt regelmäßig über einmal alles sprechen, was man in der Kino- und Serienlandschaft so besprochen haben muss. Da sind natürlich aktuell auch die ganzen Recaps am Start. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts hört ihr beispielsweise gerade unsere aktuellen Recaps zu The Penguin, der Superhelden, das ist keine Superhelden-Serie, aber es ist eine an den Matt Reeves angelegte Batman-Serie und da bespreche ich zusammen mit Heiko und Maurice jede einzelne Ausgabe sehr im Detail. Da nerden ein paar echte Comic- und Batman-Fans ein bisschen rum. Außerdem gibt es natürlich immer aktuelle Recaps auch zu Rings of Power machen wir gerade und viele weitere Dinge. Wie gesagt, alle aktuellen Kinostarts werden im Regelfall von uns besprochen und ihr habt diese vielleicht sogar gesehen und sucht auch Leute, mit denen ihr drüber plaudern könnt. Dann seid ihr bei uns auf dem Community Hub gut bedient. Kenny, ich danke dir. Lieber Andi, ich danke dir. Liebe Grüße an deine Kinder. Ich richte ihn aus. Ich soll von dem komischen Mann aus dem Internet grüßen. Toll, da freuen die sich. Bis dahin. Ciao. Wir waren gerade im Kino und haben einen Film geguckt. Wer von euch beiden weiß denn, wie der Film hieß? Der Fuchs und der Hase retten den Wald. Voll gut. Und worum ging es da? Haben die den Wald gerettet? Ja. War das ein echter Fuchs und ein echter Hase oder haben die das mit dem Computer gemacht? Mit dem Computer wahrscheinlich. Was für Tiere gab es denn so? Es gab ein Wildschwang Haier und ein Hase und ein Fuchs. Und wer wollte den Wald eigentlich kaputt machen? Ein Biber. Oh, ein Biber. War der böse? Ja. Und der hat nämlich so einen riesen Staudamm gemacht und dann wurde halt auf einer Seite alles eingesammelt und dann wurde halt ein riesiger See und alles ist halt zwar dann halt quasi nur Wasser. Manchmal fand ich es ganz schön gruselig auch irgendwie. Fandest du es auch manchmal gruselig? Nein. Und würdest du sagen, der Film ging ganz schön lange oder ging dir schnell rum? Nö, eigentlich nicht so. War es eigentlich nicht so schnell oder langsam? Der war schon halt wie ein ganz normaler Film. Am Ende da ging es ja um Freundschaft. Findest du auch, dass es was um Freundschaft geht oder geht es um was ganz anderes? Geht so, weil die haben sich ja den Rest nur gestritten quasi. Geht es auch um Umweltverschmutzung? Bisschen. Wo denn zum Beispiel? Weil die hatten so ein Fahrzeug und da war ganz viel drin und da wurde ja alles in den See geschwommen quasi und das ist dann halt Umweltverschmutzung. Eine Frage noch, was hat dir denn am besten gefallen am Film und was am schlechtesten? Also am schlechtesten war, dass die die Sabida, die wollen nämlich auch, also die haben schon Hase und Fuchs eingefangen und dann wollen die ja doch andere. Wieso machen die denn die einfach aufs Boot und dann fahren die schon los? Und vor allem wenn, und ja Hase und Hutz, die wurden ja eingefangen mit so einem Anker quasi festgelegt. Wieso haben die den nicht abgemacht? Und was ist dir am besten gefallen? Na, das Bauwerk war schon toll. Wo der Biber gewohnt hat, ja? Ja. Wie hat dir die Musik gefallen? Gut. Mir auch. Und wolltet ihr mit euren Freunden nochmal in den Film gehen? Ja. Ja. Okay, Dankeschön. Tschüss. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.